Raubüberfälle, Vergewaltigungen, Folterungen, Morde, die Leidensgeschichte vieler Frauen und Männer in der Ukraine unter der russischen Besatzung scheint keine Grenzen zu kennen. Während Moskau all diese Vorwürfe der antirussischen Propaganda zuschreibt, erzählen Bewohnerinnen von Städten wie Butscha, Borodyanka oder Tschernihiv, was sie gesehen und erlebt haben. Nachdenkseiten Die kritische Website Ukrainische Menschenrechtsbeauftragte stürzt über erfundene Massenvergewaltigungen Von Jens Berger Ludmilla Denisoffer war in den letzten Wochen in den westlichen Medien eine viel zitierte Quelle. Die mit schrecklichen Details gespickten Aussagen der Ombudsfrau des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte zu Massenvergewaltigungen ukrainischer Frauen und Kinder durch russische Soldaten passten offenbar gut ins Narrativ. Dann kam jedoch heraus, dass sie sich die meisten Schilderungen schlichtweg ausgedacht hatte. Es folgte ein Misstrauensvotum und die Entlassung. Nun erklärt sich Denisovar in den ukrainischen Medien. Sie habe mit den Gräuelmärchen doch nur der Ukraine helfen wollen, indem sie den Westen zu Waffendieferungen bringt. Davon erfahren wir in den deutschen Medien natürlich nichts und es ist davon auszugehen, dass Denisovars Gräuel-Propaganda auch weiterhin von deutschen Journalisten und Politikern weiterverbreitet wird. Das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit. Es ist daher nicht sonderlich überraschend, dass Kriegsparteien versuchen, die öffentliche Meinung im Innen wie im Ausland durch Lügen zu beeinflussen. Ludmilla Denisovar beherrschte dieses Handwerk jedoch nicht in Perfektion. Ihre Gräuelgeschichten von Massenvergewaltigungen an Frauen und Kindern waren so detailliert und unglaublich, dass sie einige Journalisten dazu animierten, sie auf eigene Faust weiter zu recherchieren. Sicher nicht, um sie zu überprüfen, sondern um sie auszuschlachten und weiter zu spinnen. So erzählte Denisovar beispielsweise etwas von einem achtjährigen Jungen, der von russischen Soldaten zu Tode vergewaltigt wurde. Dummerweise ließen sich diese und andere Aussagen aber nicht bestätigen, was in einigen internationalen Zeitungen, Deutsche waren natürlich nicht darunter, zu ersten Zweifeln über den Wahrheitsgehalt sämtlicher ukrainischer Vorwürfe führte. Das kam im ukrainischen Parlament gar nicht gut an. Aber es waren nicht nur die Lügen, die Denisovar das Genick brachen, sondern vor allem ihre eigenwillige Amtsauffassung. Anstatt als Menschenrechtsbeauftragte der Wechhoff-Narada nach Russland und Weißrussland zu reisen, um humanitäre Korridore zu verhandeln und sich für den Austausch von Kriegsgefangenen einzusetzen, tute sie lieber durch Davos, Wien, Rom und andere warme westliche Länder Europas, Zitat Interfax Ukraine, um Medienarbeit in eigener Sache zu betreiben, indem sie ihre Gäuelgeschichten verbreitete. Am 31. Mai sprach das ukrainische Parlament ihr daher mit 234 zu 9 Stimmen das Misstrauen aus und entließ sie aus ihrem Amt. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Einige Tage später fühlte sich Denisovar nun dazu getrieben, sich vor den ukrainischen Medien in einem Interview zu rechtfertigen. Ihre Aussagen sollten vor allem im Westen die Alarmglocken schrillen lassen. Sie habe sich die Vergewaltigungsgeschichten nur ausgedacht, um ihrem Land zu helfen. So schildert sie eine Rede vor dem italienischen Verteidigungsausschuss. Die Abgeordneten seien überdrüssig von dem Krieg in der Ukraine gewesen und allen voran die Fünf-Sterne-Bewegung hätte sich gegen Waffendieferungen ausgesprochen. Mit ihren ausgedachten Gräuelgeschichten hätte sie dann jedoch die Stimmung gedreht und danach hätte ihr sogar ein führendes Mitglied der Fünf-Sterne-Bewegung gesagt, er befürworte nun auch die Lieferung schwerer Waffen. Mit ihren Lügen schaffte es Denisovar in das Programm von CNN, Washington Post, BBC und anderen und auch in deutschen Medien wurde sie immer wieder zitiert, unter anderem in drei verlinkten Artikeln und der Spiegel interviewte sie sogar, ebenfalls verlinkt. Ihre Propaganda hatte durchaus Erfolg. So nutzte beispielsweise auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Lüge von den Massenvergewaltigungen, um Ulrike Gouraud bei Lanz mit der größtmöglichen Moralkeule mundtot machen zu wollen. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war Denisovar übrigens schon nicht mehr im Amt und Strack-Zimmermann hätte als Fachpolitikerin wissen müssen, dass die Geschichten über die Gräueltaten ausgedacht waren. Für eine Richtigstellung deutscher Medien und deutscher Politiker werden wir wohl vergebens warten. Ist die Lüge erst in der Welt, ist es nicht mehr so einfach, sie wieder einzufangen. Schon gar nicht, wenn man gar kein Interesse an der Wahrheit hat. Und Denisovar ist ja nicht allein. Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrei Melnyk und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selinsky glänzen ja mittlerweile fast täglich mit Storys, deren Wahrheitsgehalt zumindest fragwürdig ist. Auch ihr Ziel ist es, den Westen dazu zu bringen, Waffen zu liefern und sich noch weiter gegen Russland zu positionieren. So gesehen ist Frau Denisovar eine gute Staatsdienerin. Nur, dass sie offenbar den Bogen überspannt und ihre Kompetenzen überschritten hat. Das sieht man auch in Kiew nicht gerne. Nochmal, was macht Sie denn so sicher, dass das Blutvergießen enden würde, wenn sich die Ukraine ergeben würde? Warum glauben Sie, dass dann die Ukrainer weiter geschützt werden, ermordet zu werden? Und dass Putin nicht, wenn er nicht jetzt gestoppt wird, andere Nachbarländer überfällt? Wissen Sie, wir können erstmal, wir müssen nicht riesig spekulieren. Wir können jetzt erstmal uns die Tatsachen ansehen. Wissen Sie, wir können jetzt mal, wir müssen uns die Tatsachen ansehen.